Der Klett-Kotter-Blog ist heute im Haus von Klett-Kotter. Neben mir sitzt der frühere Bürgermeister von Reykjavik. John Gnar, I'm very happy to meet you here by Klett-Kotter. It seems that you were an untouchable child, that you were punk at the age of 13, but you were also the major of Reykjavik from 2010 to 2014. When did you have your first contact with politics? Well, my father was a very political man. He was a communist and he influenced me a lot. But he influenced me to read communist literature and Karl Marx and John Steinbeck and Opton Sinclair and some Icelandic literature also. So, my youth was always very political and, but you know, it also had something to do with my father. So, it was a relief for me to be able to become an anarchist. The foundation of the best party was initially a joke? Yes, I mean, it was, I wanted to create a spectacle. You know, I wanted to make something, you know, exciting, something different, something fun. And, but it evolved, you know, from a joke to a very serious joke. The best party, a party without, also without a leader? Yeah, we didn't have any ideology, we didn't base our ideas on anything in particular. We didn't even have membership, and so, so it wasn't really, it wasn't a typical political party. It was more of a political self-help group. It was, it was a democratic initiative, and so, you know, but it had potential to develop into a political party. But you had also the attention to criticize seriously the old parties, the establishment. I did that, and I criticized, but more I made fun of the typical, traditional, political parties. But, of course, in the end, you know, politicians are just, you know, human beings, you know, and so, you know, I try to, you know, not to be hurtful, you know, I didn't want to, you know, hurt people, but, you know, many were very hurt, and by what I said, but, you know, I just wanted people to stop being so, so serious. Why so, why always so serious? You have a simple idea of the society. There are those who give, and those who take. Yeah, in a way, I mean, and I think usually the reason why people are reluctant to give is because they're afraid. They fear, you know, losing, and that's, I mean, that's a very simplistic idea or an explanation to human existence and the human community. But it is something that I like to talk about, and, you know, to be, to, you know, people who, you know, are giving and understand responsibility and all that, and people who, you know, don't understand it and only want to, you know, somehow benefit from it, you know, and it's... The reason of your success for the elections, was it the collapse of Iceland's banks or the success of your election campaign? I think it was mostly my election campaign, because it was genius, and it was different from all the other political parties, because it was creative, and it was fun, and so, and I think also, because of the banks, people were fed up and frustrated with politics, and they wanted, you know, some change, something, something, so they were more receptable to something new. Your main idea for the election, what was it? Free towels for the ice beers? No, no. Free towels at public swimming pools, and a polar bear to the zoo. But my number one campaign promise was that I would break all my campaign promises. I promised to break all my promises, yeah. It was very honestly. It was honest, yeah. You know, I could say, you know, I can promise anything, because I'm going to break it anyway. Yeah, yeah, yeah. But that's what, you know, politicians usually do, but they don't say, you know. Yes, you have described this all in this book. Yes. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. One of your famous sentences in German. So the social networks, Twitter and Facebook, were important for your campaign? Yes, essential. And at the time in Iceland, politicians and political parties weren't using social media that much. But because I was, and I am an independent artist, I used social media a lot to, you know, introduce what I was doing and encourage people to come to my shows or buy my books or see my TV shows or something. So it was highly important to me. So when I started the best party, I, you know, I used Twitter and I used Facebook and YouTube, you know, to get message to people. And, and, you know, I had, you know, I had used it for a long time. So, so, but, so it wasn't like some genius trick that I invented, you know, it was just, you know, just, you know, it was very effective and politicians, politicians weren't using it. You're still using different profiles in Facebook? Yes. No, I'm not anymore. I have, I've, I've, I've got tired of them and, and I was, I was so many people. And I, I mean, I think it would be brilliant if I would, you know, because you can always reactivate a Facebook account. Maybe I can reactivate some accounts. I was, I was many people. I was this photographer and I was this old lady and, uh, and, uh, I was this guy who was living in a, in a summer house and always angry at society, writing, writing something on Facebook about, uh, how ridiculous society was. And, uh, and that gave me so much pleasure. And sometimes I, Was it the training for your, um, electoral campaign? Yes. No way. You know, I, I, uh, I did it, uh, uh, And, uh, when I was mayor, I was also this woman on Facebook and I really enjoyed, and she was, you know, she would never, uh, say, you know, hurt anyone or say anything bad. She was always, uh, very optimistic and, uh, And sometimes when people were criticizing me on Facebook, I would go into the discussion as her and I would defend me. Which, uh, she's a funny I was next to her. Oh, uh, yeah. And I, I really, really enjoyed it. And, uh, it made me so happy. When did the, um, um, comedian Gnar realize that he will become major? Uh, it was probably, uh, about two weeks before, uh, 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 the election. You had already any, any idea what a major does? Nein, ich hatte sehr wenig Idee darüber. Ich wusste, dass ich es herausfinden würde. Und ich erinnere mich, nachdem ich den nächsten Kommissar erwähnt werde, dass ich der nächste Kommissar sein würde. Du glaubst erst, dass du für den Parlament gehst, nicht wahr? Ja, ich kam mit der besten Partei, weil ich den Minister der Kultur sein wollte. Ich wollte, dass ich ein Minister mit der Autorität, um die Nämung zu ändern. Auch die Schule? Ja, die Nämung zu ändern. Ich wollte, dass ich meine Nämung zu ändern wollte. Und deshalb habe ich in der sehr früh begonnen, um in Politik zu gehen. Und ich wusste nicht, dass es die Politik der Municipalität war, bis es bereits angefangen hat. Und wenn ich das anbiette, habe ich eine Telefonkarte von der Kommissar. Einige von der Kommissar meinten und mich zu kommen, um zu City Hall zu schauen, um mein Kommissar zu schauen. Und ich war, dass ich ein Kommissar nicht wirklich ansehen muss. Ich weiß, was ein Kommissar sieht aus. Und ich habe mir gedacht, dass es eine Tasche, eine Karte, ein Computer und ein Telefon ist. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Aber als ich da kam, habe ich dann herausgefunden, dass es ein gesamtes Fluss war. Der Kommissar ist ein gesamtes Fluss. Und es gibt 20 Menschen auf dem Fluss. Das war eine große Überraschung für mich. Weil ich dachte, dass ich alleine sein würde, in einem Raum mit einem Telefon. Ein Politiker sollte auch ein Artist sein, nicht kreativität ohne Kunst. Ich denke, dass Menschen unterschiedlich sind. Und Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und Menschen haben unterschiedliche Intelligenz. Die Intelligenz Menschen ist so divers. Und wir haben eine politische Elite, die sogenannte Professionale Politiker. Und Politiker sind unsere Repräsentativen. Und ich würde sagen, wir brauchen mehr Artists. Wir brauchen mehr kreative Minds. Nicht nur logische Minds. Wir brauchen kreative Minds in der Demokratie, um es mehr effizient zu machen. Und um es uns alle zu tun. Welche Qualität für Politiker sind die wichtigste Qualität? Honesty? Frankreich? Ich würde sagen, ich würde ehrlich sagen. Aber Politiker ist auch... Ich meine, es ist auch, in vielen Asperten, wie Poker. Wie spielen Poker. Ich finde, dass Sie auch in der Regel haben, dass Sie die Möglichkeit haben, Sie sich in der Regel zu verabschiedern. Sie müssen sich in der Regel zu verabschiedeln. Das ist ein Fakt der Politik. Denn es ist eine Verabschiedung immer. Und Sie versuchen, die beste Verabschiedung in der Lage zu beenden, für die Kunden oder die Ihren Völtern. Also, ich würde sagen, dass man eine gute Person ist. Und deine Beziehung mit der Autorität. Ich habe dein Buch über deine Kindheit gelesen. Du hast Probleme mit der Autorität. Ja. Und danach, als Politiker, musst du dich ändern? Nein, ich habe immer Probleme mit bestimmten Regeln, die mir keinen Sinn haben. Dass ich etwas in eine bestimmte Weise mache. Und ich sehe nicht die Verwendung oder die Sprache. Und ich habe eine natürliche Beziehung zu machen. Und das ist die Autorität. Und ich sehe nicht auf die Autorität selbst. Ich habe eine Autorität, zum Beispiel als parent. Ich bin der Vater von fünf Kindern. Also habe ich eine Autorität in ihrem Leben. Was ist deine Strategie, als andere Politiker versucht, dich zu harassieren? Meine Strategie war nicht-violent. Also habe ich versucht, mich zu verabschieden. Also habe ich versucht, mich zu verabschieden. Und es war auch tragisch. Weil, manchmal sind die Leute so schlecht und so dumm. Die beste Sache, die man kann machen, ist, dass sie das machen können. Für andere Leute sehen. Und alle Leute sehen. Und alle sehen. Wauw! Dieser Mann ist zu verabschieden. Wauw! Dieser Mann ist zu verabschieden. Anarchie und Demokratie gehen zusammen? Ja. Anarchismus ist demokratisch. Und ich denke, ich denke, dass es ein Platz für die Anarchisten in der Demokratie ist. Und ich denke, dass es ein sehr wichtiges Ziel ist. Jetzt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.